Aluga. Der Druck so hoch, dass die Luft dünn werden kann. So, dass einem das Atmen schwerfällt. Aber wir sind Mannheim. Das ist doch, wo Frauen und Männer daheim sind. Denn daheim ist, wo deine Freunde sind. Daheim ist, wo du Halt hast. Daheim ist, wo du am stärksten bist. Und daheim ist, wo du dich gemorgen fühlst. Wo du Großes vollbringen willst. Wo du Großes vollbringen kannst. Daheim. Das bist du. Das sind wir. Daheim ist Mannheim. Heim, Spiel und Sie. Komm mit auf den Platz und unterstütze dein Team bei den Heimspielen der Tennis-Bundesliga-Saison 2016. Denn wir treffen auf starke, harte und erfolgreiche Gegner. Lasst sie unsere Kraft spüren. Lasst uns mit jedem Punkt und Schlag den Platz zum Beben bringen. Lasst uns gemeinsam kämpfen und gewinnen. Lasst uns gemeinsam stark sein. Am Freitag, den 8.7. um 13 Uhr gegen Gladbach. Am Sonntag, den 10.7. um 11 Uhr gegen Köln. Am Freitag, den 29.7. um 13 Uhr gegen Düsseldorf. Am Sonntag, den 7.8. um 11 Uhr gegen Neuss. Und am Sonntag, den 14.8. um 11 Uhr gegen Halle. Erlebe atemberaubende Spiele auf einer modernen Anlage in toller Atmosphäre und setze den Gegner unter Druck. Begleite die besten Spiele auf ihrem Weg zum Sieg. Sei da! Weltklasse Tennis live in Mannheim auf dem Gelände des Tennisclub Grün-Weiß Mannheim. Weltklasse Tennis live in Mannheim.